Immer fleißig einen weg. Damit herzlich willkommen zur nächsten Folge und ich denke wohl zum letzten Vlog zum Grashäckseln, wenn nichts weiter passiert. Wir haben heute Tag drei, Tag zwei habe ich nicht gewloggt. Da war auch nicht viel zum Vloggen, das lief wie ein Uhrwerk, 95 Hektar an einem Tag über 1000 Tonnen. Wirklich wie ein Uhrwerk, es wurde ein bisschen länger. Wir haben da wirklich abends die eine Wiese fertig gemacht, weil wir Angst hatten vor dem Regen. Wenn da drauf regnet, dann hätten wir verloren und dann hat gestern geregnet. Wir hatten 20 Millimeter, wir nehmen den Regen dankend an, der Raps freut sich. Es war nämlich schon wieder trocken wie Sau. Jetzt sind wir heute hier und häckseln für einen anderen Landwirten. Der liefert auch zu der Biogas und das liefern wir sozusagen mit und häckseln das mit und organisieren das alles mit. Wir fahren jetzt hier zwischendrin mal her, weil wir sind auf einem Standort fertig, fahren wir hierher und wenn wir hier fertig sind, haben wir nur noch direkt neben der Anlage und dann schicke ich schon Transporter weg, weil sonst wäre ja blöd, macht ja gar keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, wir machen unseres erst fertig, da brauchen wir nur zwei, vielleicht drei Transporter und mit einem Mal brauchen wir dann wieder fünf. Fünf sind auch hier schon ganz knapp, ungefähr 14 Kilometer. Das sind hier, ich frage mich auch noch, das waren erst 20 Hektar, 20 Hektar habe ich schon weg und das fühlt sich an wie die Hälfte. Ich glaube, das sind ein bisschen mehr als 20 Hektar. Machen wir mit, sind nur 20 Hektar. Ich glaube, ein bisschen mehr. So, heute ist Donnerstag, wir haben einen kompletten Tag Regen gehabt, demzufolge seht ihr auch gleich mit der Trockensubstanz ist das ein bisschen feuchter. So, ich häcksel das jetzt auch ein bisschen länger, damit das nicht ganz so ein Matsch ist, weil wir haben gestern nach dem Regen direkt weitergemäht. Das Mähwerk war leider kaputt gegangen am Dienstagabend und konnte erst sozusagen, gestern war Mittwoch, gestern war der Regentag, wieder repariert werden und wir waren richtig rangerutscht. Also wir waren unmittelbar dran, wir hatten alles aufgehäckselt und aufgeschwadet und demzufolge haben wir gestern das Mähwerk direkt nach Regen losgeschickt, war nicht optimale Bedingung, muss man sagen, aber es ist wie es ist. So, und heute morgen gleich den Schwader losgeschickt um 6.30 Uhr, wir direkt nach zum Häckseln. Jetzt geht's, wir sind schon bei 31 TS inzwischen, wir haben bei 27 heute Morgen angefangen, wir haben aber auch einen Durchschnitt davor von 42 gehabt, auch ein paar Partien mit 50 und demzufolge ist das okay, wenn man am Ende 3000 Tonnen Silo, ein paar nasse Partien dabei sind, das ist nicht schlimm. Es wird ja abgerechnet nach Trockensubstanz, das heißt die Ware ist zwar schwerer, aber man bekommt halt entsprechend weniger Geld dafür. Man bezahlt oder wir haben das so gemacht zum Beispiel, wir kriegen nur den trockenen Anteil bezahlt, also Wasser wird quasi rausgerechnet und dann ist für alle Beteiligten die faireste Variante, muss man ehrlich zugeben, denn wenn das feuchter ist, wiegt es mehr, aber dann ist ja auch viel mehr Wasser drinne und wenn es trocken wird, wird es leichter, ist aber viel weniger Wasser drin und viel mehr Material im Verhältnis und dann bekommen wir mehr Geld und letztendlich steht auf der Rechnung dann nur die Menge an Trockenmasse drauf, die tatsächlich geerntet wurde und wie gesagt, ist für alle Beteiligten fair. Wir haben heute fünf Transporter, da ist unser 39 mit dem Havel, da hinten glaube ich sieht man die schon kommen, da kommt der Sportkipper oder die Sportkipper, was auch noch ein bisschen dazukommt. Wir können da rauf fahren, aber wir fahren da hinten im Ort raus, weil wir haben hier die Bundesstraße und die haben so ein bisschen feuchtet Gras an den Rädern und wir wollen das nicht auf die Bundesstraße rauf fahren, deswegen fahren wir da zum Ort und fahren durch den Ort sauber und haben wir hier nochmal gemähtes frisches Grünland und da fahren die Reifen sich sauber. Ja, das wäre das, dann ist noch ein Vorkommnis, das muss ich euch erzählen und zwar hat die vorhin gekokelt und zwar hinten beim Auspuff, da ist mir zwischen der Seitenklappe anscheinend ein bisschen Material dazwischen gefallen auf den Auspuff rauf und ja, war so ein Glutnest, habe ich sauber gepustet, weg gepustet, war weg, also da ist so eine kleine Einwölbung im Auspuff und da hat sich das gebildet. Twitch Farming wird jetzt wieder machen, Hexler in Brand oder so was, der ist ja Clickbait sein Vater, aber ich glaube ich mache es lieber nicht, YouTube Klicks wieder so zu ziehen. Das wäre noch zu sagen, wir haben heute den letzten Tag, es sind ja, wir haben bei uns noch 60 Hektar, wenn es jetzt hier, hier wären es noch 80 Hektar gewesen, wenn es 20 wären, wenn es jetzt aber 30, 35 Hektar hier sind, dann hätten wir ja noch quasi 95 Hektar, dann zieht sich das schon sehr sehr lange heute noch und wir wollen ja morgen auf den Mähler fahren, heute ist Donnerstag, wir wollen heute unbedingt fertig werden, morgen fahren wir auf den Mähler, zur Mähler, es ist die Landwirtschaftsausstellung in Mühlen geht's und haben das eigentlich schon länger geplant, ich fahre immer mit meinen Jungs, die haben ihre Frauen dabei, die Frauen haben Urlaub genommen morgen, damit sie das realisieren können und deswegen müssen wir das heute irgendwie schon mit der Brechstange versuchen, deswegen sind wir heute auch schon kurz vor 6 auf dem Hof, Hexler getankt, Schleifstein nochmal getauscht, der ist jetzt neu und sind wie gesagt, ich glaube 6.20 Uhr ist der Schwader gefahren, ich glaube ich war 6.40 Uhr los oder so. Genau, das ist da zu sagen, also der letzte Grasschnitt ever, ich meine man weiß nie, sagt niemals nie, aber es ist schon sehr realistisch, dass keiner da mehr kommt. So, hier die Sportkepper noch im Einsatz, Sportkepper muss man ehrlich sagen, HW80 ist so ziemlich das billigste Transportmittel, was wir so in der Landwirtschaft haben, ohne Scheiß, die Hänger sind, also die Aufbauten alleine von Kono sind über 20 Jahre alt, Anfang 2000 haben wir die umgebaut. So, dann sind die Hänger angemein aus den 90ern, 80ern, wir haben da irgendwann mal ein neues Fahrwerk unter, also Fahrwerk, wir haben irgendwann die Federn ausgetauscht, neue Bremsen gemacht, alles drum und dran und da muss man sagen, dafür, die sind ja auch schon ewig abgezahlt quasi, fahren die und fahren die und die haben auch über 40 Kubik, oder die haben 40 Kubik, von daher nehmen die auch ordentlich Masse mit, das ist schon geil, muss man ehrlich sagen. Also, es gibt auch viele Betriebe, die nach wie vor auf den setzen, ultimativ würde ich nicht auf die Dinger setzen, weil da haben die großen Dreiachser schon einen ganz anderen Fahrkomfort, aber da hält ja wirklich mal gar kein HW80-Zug mit, also da sind die großen Dreiachser schon am schweben und fahren da easy drüber und durch die Stützlast bewegen die noch mal mehr und wenn es feucht wird, obwohl die so leicht sind, hörst du mit denen als erstes aufzufahren, weil die großen doch doch mehr Last überstützen, größeren Überrollen oder mehr Überrollen an Fläche mit den großen Reifen und da muss man sagen, sobald das weich wird, fährt man mit denen nicht mehr so weit. Ja, das ist der Punkt und ich glaube, ich hole euch nachher noch dazu, ich will noch ein kleines Fazit aufnehmen und will euch einfach ein, zwei Punkte sagen, die mir über den Jaguar über die Jahre aufgefallen sind, die am Krone einfach anders waren und auch teilweise besser waren und was hier besser ist und da habe ich gedacht, so nach drei Jahren, ich bin beide Häcksler drei Jahre gefahren, glaube ich, dann kann man das schon machen. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ich habe ja hier so einen kleinen Sensorfehler, so einen Logikfehler, sagt er zu mir, das werden wir angehen, wenn wir jetzt durch sind und gehen auf Mais, dann werden wir den Fehler beseitigen, weil aktuell bin ich, ja, auch Dienstag, ich meine gestern im Regen, aber dann habe ich die Jungs alle zu Hause gelassen, weil aktuell sind wir auch am Dienstag gefahren von 7, glaube ich, bin ich gefahren, kurz vor 7 bis 20.30 Uhr oder irgendwie so was um den Dreh, also war schon lange, genau, aber dafür war gestern frei. So, bis dahin erstmal. So, da sind wir wieder, wir haben jetzt inzwischen 5 zu 45, wir haben jetzt, Moment, ich muss mal kurz rechnen, da sind 186, wir müssten jetzt knapp 48 Hektar ungefähr heute weg haben und dann wären noch 40 Hektar ungefähr, ja, das zieht sich und wie ihr seht, hier steht auch saftig was drauf, über 20 Tonnen auf dem Hektar die ganze Zeit hier, was natürlich toll ist, so viel Material bringt natürlich Geld, gar keine Frage und das nehmen wir mit, denn das wächst ja nicht auf Bäumen. Wir sind inzwischen, ja, da vorne ist der Schwader, der hatte vorhin noch ein kleines Problem, der stand eine Stunde umher, deswegen sind wir gut aufgerückt, sonst der hatte schon, ich will mal sagen, 15 Hektar Vorsprung, dann nebenan die Wiese haben wir schon fertig und wir sind jetzt auch nur noch mit, das ist aber auch viel Material hier, wir sind jetzt auch nur noch hier zu dritt mit drei Transportern, die anderen beiden habe ich losgeschickt, da vorne ist ja die Anlage und das auch nur noch die beiden Wiesen hier, wo das so richtig krass steht, also hier steht wirklich immer gut Futter drin, weil die gut feucht sind und immer gut Nährstoffe haben und die sind auch noch nicht so feucht, dass die Gräserarten irgendwie die guten weggehen, das heißt hier ist ein relativ guter Grasbestand. Man sieht natürlich, das sieht sehr braun und ruppig aus, weil ja natürlich, der Bestand war schon sehr hoch, ist ja erst jetzt der zweite Schnitt, sodass die Pflanzen sich selber beschatten und dann lassen sie halt die unteren Blätter absterben. Das ist derselbe Effekt, den ihr auch so ein bisschen habt, wenn ihr länger Rasen nicht gemäht habt und dann mäht ihr ein bisschen tiefer, dann sieht er ja auch so braun aus, genau so sieht es hier auch auf dem Grün aus. Und wisst ihr, ein Punkt ist zum Beispiel, den die Klaas Pickup macht, den die Krone nie gemacht hat, und zwar das Schwad ist ja ein bisschen breiter und an den Seiten liegt manchmal ein bisschen Material von den Schwadern. Das verklemmt sich gerne mal da an der Seite und wird dann mit einem Schwung durchgezogen. Das ist ein Punkt, den hat die Krone Pickup nie gemacht, dann hier die Einzugsschnecke. Bei langen, alten Material fängt das gerne mal an sich da drum herum zu wickeln, auch ein Punkt, den die Krone Pickup nie gemacht hat. Ein Punkt, der aber hier deutlich besser ist, ist die Höhenführung. Die Pickup ist deutlich beweglicher, passt sich viel besser dem Boden an. Und ich habe ja da diesen Pfeil an der Seite, da sieht man ja diesen Pfeil. Und im Prinzip stellt man den so ziemlich, dass er also Pfeil auf Pfeil zeigt, für die optimale Höhe. Ich kann aber hier aus der Kabine per Tastendruck die Höhe noch minimal verändern, nach oben und nach unten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein bisschen tiefer gehen will, ein, zwei Schwade, dann kann ich schon aus diesem Bereich, diesen optimalen Bereich, ein bisschen rausgehen. Die kann trotzdem noch optimal arbeiten, aber ich sage mal, ich habe so ungefähr zwei Zentimeter nach oben und nach unten, die ich arbeiten kann. Und wo ich die Höhe sozusagen der Pickup ein bisschen anders anpassen kann. Und da muss ich sagen, das gefällt mir wiederum bei Klaas deutlich besser. Ja, also du hast irgendwie nie gehabt, oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass da mal die Krone Pickup irgendwie verstopft war oder so. Aber dafür ist die Anpassung hier deutlich besser und hier stellt man die Höhe an der Seite auch deutlich schneller ein. So seht ihr da das Material klemmen? Da klemmt sich das zwischen, dann kommt das mit einmal durch. Und ich sage mal, wenn man den Häcksler am Limit fährt, dann ist das ja so, dass da ja vielleicht nicht mal ein Grashüpfer noch dazwischen kommen darf, damit das Material, damit das alles passt. So hier ist vorhin der Schwader kaputt gegangen. Das hat sich ja hier ein krasse Szenario abgespielt. So, Haufen in einem V. Bei so was muss man natürlich höllisch aufpassen, bei so was kann man sich den Kahn immer dichtfahren. Also, gänzlich muss ich sagen, war der Krone im Grenzbereich, wenn es ganz nass war das Material oder ganz trocken, da hat er das Material immer gut geworfen. Muss man ehrlich sagen. Gerade so was hier, wenn es so haufig lag, das kam immer gut aus dem Häcksler raus, da brauchte man nie Angst haben. Da muss man beim Jaguar schon ein bisschen mehr aufpassen. Aber ich meine, das hier ist natürlich extrem. Hier liegt ein halber Rundballen. Ah ja, Metall. Anscheinend hat er sich hier wohl was abgebrochen gehabt. So, dann kriege ich ja dann eine Meldung drauf. Dann zeigt er mir hier an, wo ich nachgucken muss. Oftmals, weil die Einzugswalzen unten offen sind, fällt das beim Reversieren raus. Und ich kann dann weitermachen. Also ich werde das da mal lieber sein lassen, nicht dass da noch mehr Metall drin ist. Wer weiß, was da kaputt ging. So. Moment. Ne, anscheinend ist es nicht raus. Aber das kann man ruhig ein, zweimal probieren, bevor man da reinsteigt. Bevor man reinsteigt, bevor man gucken geht. Weil oftmals fällt es unten drunter raus. Und so spart man sich das nachgucken. Also, dass wir Metall reinnehmen können, ist ausgeschlossen. Das heißt, wir müssen ja auch jedes Mal, nachdem wir den Häcksleraggregat Motor starten, erstmal reversieren, zurückdrehen. Das heißt, man könnte ihn auch nicht überlisten, dass es jetzt, sagen wir mal, da drinnen steckt. Man startet den Motor neu und macht dann wieder an, damit es reingeht. Also, Metall kriegt man hier nicht durch. Und mit dem Metalldetektor kann man auch nicht mehr ausschalten. Das ist aber auch grundsätzlich eine gute Sache. Das kann natürlich alles zu viel Schaden führen. Ich glaube, hier gingen so ein bisschen die Probleme los. Deswegen war das natürlich hier alles schon ein bisschen drunter und drüber. Da sind ein paar Leute hier rüber gefahren, glaube ich, wegen Reparieren. So, Moment, ich drehe euch mal ein bisschen hin und her. So, das heißt, Metall geht da nie durch. Das ist auch gut so, denn wir wollen ja keine Tiere verletzen, wenn wir für Tiere häckseln und schon gar nicht uns den Häcksler kaputt machen. Genau, das wollte ich noch sagen. Also, nasses Material geht durch eine Chronik wirklich gut durch. Mechanisch ist das eine Top-Maschine. Muss ich ehrlich sagen, beim Vorsatz muss ich sagen, auch das X-Collect, nee, X-Collect nicht. Das X-Disc, dieses Scheibenmehlwerk, top. Da hast du nie Fischstopfer drin gehabt. Beim Easy Collect oder neues Orbis würde ich inzwischen das neue Orbis vorziehen. Das gefällt mir richtig gut. Genau, also das muss man sagen, da war der Krone echt gut und der Krone konnte auch ganz wenig Material gut häckseln. Hier ist natürlich ein Jaguar 900, hat einen breiten Einzugskanal. Das heißt, das Ding muss immer vollgestopft werden für eine gute Häckselqualität. Wenn man das nicht immer schafft, dann hatte der Krone da wirklich auch ein bisschen besser oder der hatte da auch eine bessere Schnittqualität. Durchsatztechnisch ist der Kollege hier natürlich in einer anderen Liga unterwegs als der 630, muss man ehrlicherweise sagen. Nicht nur durch den breiten Einzugskanal, der ist durchsatztechnisch wirklich weiter vorne als der Krone. Also jetzt über die ganzen Jahre, ich habe den ja nur ein paar hundert Stunden gefahren und muss ja sagen, der performt ja echt krass hier. Also so viele Tonnen Mais, wie ich mit dem hier fahre, bin ich mit dem Krone nicht gefahren. Oh, oh, hä? Warum macht der den Krümmer lang? Ich habe da nicht gedrückt. Den hätten wir bei einer Zwenni eben noch getroffen. Genau. Overall würde ich zum Jaguar tendieren, weil der Jaguar ist in der Kabine viel intelligenter. Sei es Temos Auto Performance, sei es Autofill, sei es der Camp Pilot, sei es alle Arten, die er so hat, ist der superintelligent. Und Zuverlässigkeit, muss ich auch sagen, ist der Jaguar eine Bombenmaschine. Also was hatten wir jetzt einmal, hatten wir die Sache mit dem Metalldetektor. Und ansonsten, Klopf auf Holz, Hannes, fährt das Ding ja nur durch. Und das ist schon relativ solide. Gut, jetzt haben wir eine Sensorsache jetzt am Turm, aber das ist ja nichts, was uns wirklich aufhält, wo wir nicht weiter häxeln können. Ich weiß, viele haben sich so ein kleines Pro und Contra immer gewünscht und jetzt, glaube ich, nach drei Jahren kann man mal so ein bisschen abschätzen, was da gut und was schlecht ist. Vorsätze, sage ich euch, die von Pickup und die von für den Roggen sind top. Hexequalität, Krone auch top. Gutfluss, top. Muss man auch sagen, gerade bei Haufen, wirklich bei diesen richtigen Wellen, wartet der ein top Gutfluss. Ich habe mir in den ganzen Jahren den Krone nicht einmal vollgefahren. Und beim Jaguar jetzt, glaube ich, dreimal auf die tausende Hektar, tausende, auf die tausende Hektar, die ich jetzt gemacht habe, was, glaube ich, aber auch in Ordnung ist. Ja, wir haben also noch eine Weile heute zu tun. Guckt euch mal um, das ist noch, bis da ganz hinten in der Ecke und auf der anderen Seite ist auch noch was. Ich hole euch nachher noch mal dazu, wenn es dunkel ist, dann würde ich euch noch mal das Silo zeigen. Bis dahin. So, Leute, wir haben inzwischen Nebel, mitten in der Nacht. Krass, dieses Scheinwerfer sehe ich so überhaupt nicht, dass das so einen dollen Strahl bildet. Mitten in der Nacht und wir häckseln eigentlich länger, als wir häckseln wollten. Aber na ja, morgen ist der Siloschieber nicht mehr dabei. Die sind heute auch in Schicht gefahren, damit wir heute hier fertig machen können. Der setzt nämlich tatsächlich noch um, heute Nacht 300 Kilometer und schiebt morgen früh schon Mais. Ey, da war gerade hier noch Krimi überhaupt. Ich bin mit 2% tanken gefahren, tatsächlich auf der Straße stand 0%. Ich habe gedacht, ich schaffe das noch und bei 2% habe ich gedacht, nee, jetzt musst du tanken fahren. Ich habe heute Morgen nämlich nur 1.000 Liter getankt, weil ich das nicht leer machen wollte. Wir haben gestern weniger bekommen, als wir eigentlich bestellt hatten. Jetzt kam heute zwischen 13 und 14 Uhr noch mal richtig Menge, haben wir die Tankstellen noch mal voll gemacht. Und deswegen wollte ich dann heute Morgen nicht alles klauen, damit die ganzen Transporte und so alle noch voll werden. So, mit 1.000 Tonnen habe ich gedacht, kommen wir klar. Aber das Problem war so ein bisschen der Nachbarbetrieb, den wir mitgehäckselt haben, der waren halt keine 20 Hektar, sondern 30 Hektar, die wir da gehäckselt haben und wir hatten auch gut der Trach hier überall drauf. Wir haben Stand jetzt heute gehäckselt, warte mal, wir haben 65 und bei ihm waren 30, sind 95 Hektar und insgesamt sind jetzt weg 266. Also, wenn wir gleich hier fertig sind, haben wir hier 270 Hektar ungefähr gehäckselt, an drei Tagen. Wir wollen ja morgen zur Mela, zur Ausstellung, ich frage mal die Jungs, heute Mittag haben sie gesagt, sie wollten gerne morgen früh um sieben losfahren, ich frage mal nachher, ob wir denn morgen früh um 8 Uhr losfahren wollen. Ja, das sind sie, die letzten Hektar vom Gras häckseln. Ich muss sagen, hauptsächlich überwiegt da doch irgendwo eine Erleichterung, da irgendwie auch ein bisschen weniger Arbeit zu haben. Es war in der Vergangenheit immer so, wenn beim Ackerbau ein bisschen Pause war, musste es ins Grünland und wenn man beim Grünland durch war, es musste wieder ein Ackerbau, war es eigentlich nur auf Achse. Wie gesagt, es war überhaupt immer eine Schwierigkeit, Grünland wirtschaftlich zu bekommen, vernünftige Abnahme zu haben. Wenn da die Lieferverträge dann irgendwie auslaufen und einer sagt, nee, will er nicht mehr, dann stehst du da auch wieder an mit dem Futter. Also von daher bin ich dem Ganzen vielleicht jetzt gar nicht so böse, dass es letztendlich so gekommen ist und so läuft. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Genau, ich versuche euch nachher nochmal das Silo aufzunehmen. Genau, da sehen wir uns nachher nochmal wieder beim Silo. Bis nachher. Ja Leute, was soll ich euch hier zeigen? Hier ist absolute Dunkelheit. Man sieht ja wirklich gar nichts hier. Da steht der Häcksel am Blinken, da rollt noch der Zerion drauf. Das sind jetzt, ich weiß nicht, über 5000 Tonnen müssten jetzt hier insgesamt liegen mit dem ersten Schnitt. Und es ist leider viel zu dunkel. Ich habe mir das ein bisschen heller hier vorgestellt, um ehrlich zu sein. Ich habe gedacht, der Zerion fährt ein bisschen weiter vorne und hat mehr Beleuchtung an. Ich will jetzt im Dunkeln aber auch nicht hier da dichter und umherlaufen. Das macht man nicht. Bei so einem Quatsch passieren nämlich Unfälle. Und von daher ja, sage ich dann danke wieder fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart bei meinem letzten Gras-Schnitt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich. Hören wir noch mal den Sound. Schön, Leute. Bis dann. . Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.